Ho, 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 es ist Weihnachten, aber was machen eigentlich die Hasen, die Kaninchen in der Weihnachtslandschaft hier? Darum geht es in der heutigen Folge von Reality der Woche. Im letzten Jahr haben wir ja zu Weihnachten eine Postkarte verschickt und auf der Postkarte war ein QR-Code, wie man hier sehen kann, und damit konnte man einen Weihnachtsbaum-Konfigurator auf der Postkarte platzieren in AR. Dieses Jahr haben wir was anderes gemacht. Diesmal geht es um die YouTube-Community hier. Es gibt für euch hier oben einen QR-Code zum Ausprobieren und mit dem QR-Code könnt ihr dann auch selbst diese AR-Experience auf iPhone und iPad ausprobieren. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Es besteht diesmal unsere Reality der Woche eigentlich nur aus ein bisschen Winterlandschaft. Und natürlich, ihr seht schon, es gibt, wenn man es auch ausprobiert, gibt es auch was zum Hören, Weihnachtsmelodie, Weihnachtsmusik. Aber hier seht ihr es jetzt nur. Es gibt an der ganzen Geschichte auch wieder bei uns einen kleinen Spaß. Wir machen da auch Weihnachtskarten mit einem Kaninchen drauf. Wer die Vorgeschichte tun und warum wir so oft auch mit Kaninchen und Weihnachten zusammenbringen, der mögen wir einfach mal in der Videobeschreibung nachlesen. Hier einfach nur von mir der kleine Hinweis. Habt alle eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr. So, jetzt ist es noch